Hallo Kinder, wir wissen wahrscheinlich, dass wir nächste Woche alle wieder zusammen in der Schule sein können. Alle Lehrer haben euch so sehr vermisst und wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die ihr zu Hause mit eurer Familie geleistet habt. Deine Mama und dein Papa, Oma und Opa, Schwestern und Brüder haben hart gearbeitet, um euch zu helfen. Bitte bedankt euch bei ihnen und gebt ihnen einen großen Kuss oder einen Kuschel. In der Schule werden wir unsere Maske tragen, die Fenster offen, um frische Luft zu erhalten und unsere Blübox und Ordner auf unseren Tischen aufbewahren, damit wir uns nicht zu viel bewegen müssen. Es wird Spielzeit und Mittagessen, normalen Unterricht und Trainingsseiten geben. Und es könnte uns schwer fallen, zu unseren langen Schultagen zurückzukehren. Bitte zeigt euren Lehrern, wie ihr euch fühlt und ob ihr Hilfe benötigt. Es wird Spaß machen, unsere Freunde wiederzusehen. Viele von uns haben unsere Klassenkameraden schon so lange nicht mehr gesehen. Sei nett, fair, hilfsbereit und teilt alle eure lustigen Geschichten und Abenteuer. Den letzten zwei Monaten. Denkt daran, immer freundliche Wörter zu sagen und niemals eure Hände oder Füße zu benutzen, wenn ihr wutend oder verärgert seid. Eure Lehrer können euch helfen, wenn ihr und eure Freunde unglücklich seid. So, komm nächste Woche zur Schule und seid bereit, dein Bestes zu geben und viel Spaß zu haben. Wir sehen uns sehr bald. Bye, bye. Vielen Dank.